Ey, wir haben es geschafft, wir sind hier alleine. Nee, echt jetzt? Ja, ja, komm raus. Hä? Was machst du denn da? Du isst ja schon einfach. So, Leute. Ey, Marvin, mach mal deinen Kopf hoch. Der Alarm, lass mal auf und steigen. Hey, Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde. Und ihr seht schon, wir sind hier einfach mal beim Rewe Etna gerade am Start, Leute. Und wir haben heute als Ziel, nach Ladenschluss hier drin zu bleiben, Leute, und die ganze Nacht im Rewe zu verbringen. Ey, Marvin, wie viel Uhr haben wir? Zeig mal in die Kamera. 15 Minuten noch. Genau, in 15 Minuten schließt der Laden. Wir können es euch auch nochmal vorne zeigen, Leute, die Öffnungszeiten. Ey, Marvin, ich habe richtig krasse Sachen hier vor. Ich will diese ganzen Süßigkeiten essen, Eis, Getränke, ich will mir alles reinziehen, Mann. Ja, ich habe noch was Krasseres vor, du wirst gleich sehen. Oha, da bin ich gespannt. Weißt du, was wir machen? Wir machen eine Challenge. Okay, wir machen eine Challenge. Was für eine? Was für eine? Wer bleibt länger in der Gefiltruhe drin? Boah! Ja! Okay, lass das machen. Leute, ihr seht, bis 22 Uhr hat der Laden noch offen. Sagen wir, Marvin, wir gehen jetzt mal ganz unauffällig rein. Und dann suchen wir uns erstmal ein krasses Versteck, oder? Ja, machen wir erstmal das Licht aus. Ja, ja. Den Blitz. Okay, Marvin. Also, wir haben hier auf jeden Fall schon mal den normalen Rewe am Start hier. Die ganz normalen Gemüseabteilung und so. Marvin, hast du schon mal eine Idee, wo wir uns hier am besten verstecken könnten? Ja, ich muss mal kurz hier alles analysieren, aber ich glaube, ich finde hier schon was Krasses. Ja. Und ich muss auch dringend Pipi machen. Ey, guck mal, hier haben wir die Frühstücksabteilung erstmal. Sehr, sehr geil. Oh Gott, also ich passe hier rein. Boah, Mülleimer. Denkst du, oh mein Gott, glaubst du passt da rein? Ich versuch's. Okay, Marvin, probier mal. Oh, ja. Boah, ich glaube, das wird schwer, Marvin, aber ich kann dir den Deckel aufsetzen. Ich versuch's woanders. Erzähl. Ich hab ne Idee. Komm, jetzt mach den wieder zu, sonst fallen wir auf. Ja, ja, sonst ist das auffällig. Wir müssen undercover sein. Ey, Leute, wir müssen uns echt beeilen, Mann. Der hat nur noch 10 Minuten jetzt ungefähr offen. Ich hab ne Idee. An der Cover. Gleich kommt bestimmt eine Durchsage oder so, ne? Ja, ja, das wird auch ganz schlimm. Oh, für Schlafen. Oh mein Gott. So Bettwäsche können wir sogar die nehmen und dann so übernachten hier, oder? Ja, ja, das machen wir auch. Ey, lass das gleich machen. Das ist ne gute Idee. Ey, wir können hier sogar Sport machen und werden hier so kalt. Guck mal, hier sind so Eiweißshakes und sowas. Oh ja, das ist richtig krass. Ey, wir können hier eigentlich unser ganzes Leben verbringen. Ey, wir müssen aber aufpassen, dass wir nicht erwischt werden. Sonst kriegen wir richtig Ärger. Ey, guck mal hier. Glaubst du, es ist genug Platz, um sich dann reinzulegen, wenn das Licht ausgeht? In die richtige Gefriertruhe, die richtig kalt ist. Das ist nicht kalt. Ah ja, okay, ich weiß, was du meinst. Wir könnten uns auch, guck mal, wir könnten uns auch dahinter theoretisch verstecken. Ja, das ist krass. Das ist seltenig, oder? Warte, guck mal, guck mal mit. Ich kann mir vorstellen, schau mal. Ey, man kann hier durchgehen. Wir können uns rein theoretisch hier hinterlegen, oder? Ja, aber ich glaube, das ist zu auffällig, weil die machen doch sauber dahinter. Ah, glaubst du? Mensch, natürlich. Okay, Leute, ey, wir müssen uns jetzt ganz schnell den Ort suchen hier. Wir brauchen erstmal ein Versteck. Oh, guck mal, Marvin. Oh, Alter, diese ganze Süßigkeit. Der Pannen, gehen wir später hin, Leute. Schau mal hier, Chips überall. Ich hab eine Idee. Ich mach was Verbotenes. Oh mein Gott, nein, Marvin, du kannst es jetzt noch nicht öffnen. Psch, 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 leise. Mein Gott, ich mach jetzt was Verbotenes. Hey, Bro, WTF, Mann. Ey, Mann. Da müssen wir aber aufpassen. Alter, Junge. Marvin, du wirst jetzt ganz schnell zum Gefriertruhen. Komm mal her. Oh mein Gott, Bro. Ich mach mir später an Toilettenpartys. Ah, Alter. Ey, wir könnten uns dahinter vielleicht verstecken, oder? Ey, warte. Ja, lass mal hier rausräumen. Ne, das geht nicht. Das ist zu wenig. Oh mein Gott, hier ist zu wenig Platz, oder? Ja, das funktioniert nicht. Ach, Mann. Ey, das wäre ein komplett krankes Versteck gewesen, Leute. Ey, zeig mal die Uhrzeit. Wie viel Zeit haben wir noch? Elf Minuten. Elf Minuten noch. Dann ist Feierabend hier. Ey, Marvin, guck mal, wenn du anfängst... Guck mal, wir können uns auch die Zähne putzen. Ja, geil. Ey, und wenn du anfängst, dann stinken wir immer. Ja, guck mal, dann geb ich dir einfach hier so ein Deo. Ja, ja, das ist egal. Dann kannst du es draufsprühen. Ich teste das mal. Ja, mach mal jetzt schon mal, du stinkst ja richtig schon. Ja, sorry. Mann, ey. Du stinkst immer nach Cheeseburger, Alter. Boah, Burger Pommes. Ja, ja. Marvin isst nur noch Burger Pommes. Oh mein Gott, wir sind ja reich. Alter, Amazon. Wir können hier... Oh mein Gott, Apple. Bro, wir können hier... Oh, und Minecraft. Alter, Minecraft, Junge. Oh mein Gott. Ey, die können wir eigentlich alle benutzen. Und Roblox, ja. Und Playstation. Aber das machen wir alles gleich. Das nehme ich alles mit. Stimmt, das sind 18, Leute. Okay, Leute, wir müssen uns auf jeden Fall etwas gut zu überlegen jetzt. Ja, ich habe eine Idee. Wir können uns noch einen Ritpol holen, wenn wir nachher Durst haben. Ja, safe. Also, dann bleiben wir die ganze Nacht hier einfach wach, oder? Ich brauche ein krasses Versteck. Lass mich mal kurz überlegen. Ey, Marvin. Ich habe die krassste Idee. Halt mal die Kamera. Guck mal, wir können uns hier einfach so eine Mauer bauen, Bro. Und dann kann man es hier so hinlegen. Das sieht uns keiner, Alter. Ja, ja, das ist gut. Das ist krass, oder? Aber lass uns mal weitergucken. Vielleicht finden wir noch eins. Das sind wir erst mal als Fressevariation. Aber das ist nicht mal als beste Variante schon mal. Ja, das ist krass. So, Marvin. Ich würde sagen, mach erst mal aus. Das ist eh zu auffällig. Ja, 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 okay. Mach aus. Bis gleich, Leute. Also, Leute, wir holen uns jetzt noch mal so einen Korb, würde ich sagen. Film, Marvin. Komm mal mit. Ich habe eine Challenge-Idee. Okay. Wir müssen zu den M&M's gehen. Okay, Marvin. Aber ey, wir dürfen nicht vergessen, dass der Markt gleich schließt. Ja, aber die macht noch nicht mal eine Durchsage. Hier sind die Süßigkeiten. Mann, wo ist denn Platz? Was willst du machen? Ich muss mich ins Regal legen. Das passt. Ey, willst du echt rein, Mann? Ja, ja. Du passt da rein. Ey, Leute, Marvin passt da niemals rein. Doch. Warte, hau mir, Bruder. Warte, stell's da drauf. Nein, ich muss doch da mich hinlegen. Ach so, du willst das alles wegräumen. Ja, ja, warte. Ich versuch's mal. Mach mal zu. Mach zu. Geht das so? Ja, so geht das, Marvin. Okay. Lukas ist doch nicht gut. Ja. Zu kalt. Ja, das glaube ich dir, Marvin. Ey, Mann hat doch deine Beine total gesehen. Nein, echt jetzt? Ja, ja. Ich schreibe mal Hallo. Warte. Warte. Hallo. Du bist, schau jetzt, was ich schreib. Cool. K. Oh. U. H. L. Alter, wie geil. Ja. Ey, guck mal, jetzt ist das so andersrum hier. Oh, ich hab'n Blubber. Oh, Alter, Seifenblasen. Ich bin krank geworden durch die Kälte. Ey, wo hast du die her? Nein, ich hab'n Blubber. Ich bin krank geworden durch die Kälte. Wo hast du Seifenblasen her, Marvin? Ich hab keine. Das kam aus dem Mund raus, weil es war zu kalt da drin. Ach so. Ja. So vom Magen. Ja, ja, genau. Ey, guck mal, hier ist Kevin das Ei. Boah, Eier. Also mal, hier, guck mal. Meine Hände kleben, ich mach' das mal an dir. Alter, einfach ein Ei, Leute. Boah, einfach Kevin. Willst du essen? Sollen wir Kevin fallen lassen? Nein. Spaß. Wir machen Kevin wieder rein. Ey. Wollen wir noch den Grill anschmeißen? Boah, ich weiß nicht, Marvin. Dann können wir eine Runde Grill. Guck mal, das ist doch total kalt. Wir haben doch hier gar keinen Grill. Ja, die haben bestimmt einen Grill, den die verkaufen. Dann machen wir einfach ein Feuer hier. Ja, okay, dann lass mal gucken. Nimm, pack das schon mal an. Ja, guck mal, nimm mal mit. Und eine Taschenlampe, du brauchst auch eine Taschenlampe. Ja, aber wir müssen erst mal gucken, ob die überhaupt funktioniert, Marvin. Mann, wir holen doch einfach Batterien. Ah. Oh, bist du dumm. Gibt's hier Batterien, glaubst du? Ja, natürlich. Und wir müssen deinen Kopf holen, damit du noch schlauer bist. Wir brauchen eine Melone. Ja, das stimmt, Alter. Buh. Ey, Alter, ich hab mich voll erschrocken. Haha. Ey, wie viel Uhr haben wir? Zwei Minuten noch. Oh, okay, Marvin. Ey, wir müssen jetzt schon reinschnell gehen. Ich weiß nicht, es hat mir irgendwie das Versteck angetan. Okay, okay. Okay, wir müssen das doch irgendwie hinkriegen. Okay, Marvin. Ich will in Toilettenpapier rein. Bau mal hier eine Höhle für mich. Komm, wir bauen eine Höhle. Okay, jetzt tu dich mal da reinknien. Warte. Reicht da der Platz, denkst du? Ja, ja, das geht. Oh, nein, Alter, das ist krass. Mach zu. Also hier nimm mal so, halt das mal so ein bisschen fest hier. Mach ich. Warte, ich stell das hier so um. Sehen die Leute mich auch? Guck mal, ob die mich sehen. Nein, nein, die sehen mich gleich nicht mehr. Die müssen mich jetzt mal angucken. Warte, mach mal den Fuß hier weg. Ist das ein gutes Versteck? Ja, ja. Warte, ich geb dir mal die Kamera schnell. Gib mal her den Bums. Warte, ich mach hier zu, Marvin. Boah. Warte mal hier. Aber ich hab ein bisschen Angst, weil es dunkel wird. Okay, Marvin. Mach mal hierbei die Füße noch. Ja, ja, ja. Oh, das ist das gute Klopapier mit drei Seiten. Das kratzt auch gar nicht. Oh mein Gott, guck mal, das passt hier perfekt. Okay, Marvin, du bist perfekt eingeparkt. Total. Ja, ja, ja. Zeig mal von draußen. Alter, Leute, man sieht überhaupt nichts. Hallo, hier bin ich. Alter, man sieht gar nichts. Oh, Durchsage. Durchsage, Leute. Oh, nein. Ich hab zusammengekratzt. Mach schnell zu, die kommen sonst. Ja, schnell, ich geh gleich in mein Versteck. Mach zu. Oh mein Gott, ich muss mich so beeilen, Junge. Oh, hier, nimm mal. Du musst zu machen oben, schnell. Oh mein Gott. Ey, du musst das mal festhalten. Ja, ja, ja. Jetzt mach kompakt hoch jetzt hier schnell. Okay, bleib hier, Marvin, ja? Ja, warte. Leute, ich muss, wir sehen uns gleich. Leute, ich muss jetzt ganz schnell in mein Versteck. Ganz, ganz schnell. Mein Gott, ich muss ganz schnell in mein Versteck. Oh mein Gott, das Licht ist ausgegangen. Leute, die haben das Licht ausgeschaltet. Lukas ist jetzt weg. Ich hoffe, der beeilt sich bald. Das ist nicht gemütlich hier. Wir müssen mal bald Feierabend machen. Oh nein! Man sieht mich hier überhaupt nicht. Ich muss jetzt ein paar Minuten warten. Leute, ihr seht, ich kann hier auch alles umobachten. Über in ein paar Minuten kann ich hier raus. Okay, Leute, ich glaube, ich gehe jetzt langsam raus. Ich weiß nicht, warum die Musik immer noch läuft. Aber, ich bin mir schon ziemlich sicher, dass hier niemand mehr ist. Leute, ich nehme jetzt einfach diesen Einkaufswagen hier und gehe zu Marvin zurück. Ich habe es wieder gecarried. Alter, war das knapp. Okay, Leute, wir sind jetzt wieder bei Marvin. Ey, Marvin! Ey, Lukas! Ey, wir haben es geschafft. Wir sind hier alleine. Nee, echt jetzt? Ja, ja, komm raus. Ich habe dich extra abgeholt mit dem Auto hier. Es ist gerade schon alles weggekracht. Ich dachte schon, gleich knallt es hier. Alter. Meine Güte. Ey, Marvin, wir haben es einfach geschafft. Boah, sind wir jetzt alleine hier schon spät, oder was? Ja, ja. Ich habe gar nichts gemerkt. Komm mal raus hier. Ey, warte. Moment. Ey, die haben einfach die Musik vergessen auszumachen. Oh, sind die lost. Warte mal, ich schaffe das schon. Ich brauche mal ein Rückenpolster. Marvin, setz dich jetzt mal vorne rein ins Auto. Ich fahre dich ein bisschen. Ja, Moment. Boah. Boah, es hat auch Zeit gefallen. Lass mal hier noch ein bisschen das so zurückräumen, falls hier so ein Sicherheitsmann später ist. Oh, warte, halt mal kurz hier. Du musst mich jetzt erst mal fahren. Warte. Okay, bist du bereit? Let's go. Alter, ich habe den Einkaufswagen kaputt gemacht. Oh nein. Doch, guck mal. Leute, ich habe einfach den Griff rausgerissen. Oh Mann. Warte, ich kann den reparieren. So. Ich habe eine Idee. Fahr zur Bananenabteilung. Okay, okay. Ich habe eine richtig gute Idee. Ah, willst du eine Banane werfen? Ja, natürlich. Let's go. Oh, Junge. Hier lang. Okay, okay, warte. Mach mal linken. Zu. Oh mein Gott, Marvin. Oh. Oh mein Gott. Aua, ich habe ein Gewicht gekriegt. Alter. Wir sind ganz alleine. Oh mein Gott, Marvin. Pass mal auf, dass du nicht einfach gegenfährst. Oh mein Gott. Oh, Lukas, du Melone. Alter, du kannst doch auch lenken, Marvin. Geht das? Hier geht gar nichts. Du hast die Lenkung kaputt gemacht. Du kannst doch auch lenken damit. Oh, ist das geil. Ganz alleine. Junge, mein Knie tut total weh. Mach nicht so schnell. Was auf, wir steuern dagegen. Oh. Alter, guck mal. Ey, wir können ja noch Lumex mitnehmen da hinten. Ja, ja. Der Brokkolikopf. Pack mal Brokkolikopf rein. Miep, miep. Hey Marvin, hier sind die Bananen. Ich habe eine Idee. Ich muss erst mal eine essen. Ja, okay, mach mal. Pass mal auf. Damit uns jetzt auch keiner mehr behindert. Ich esse die schnell auf. Ah, willst du dann die Bananenschale hinlegen? Natürlich. Alter, das ist eine krasse Idee. Ich packe das mal hin, wenn ich gleich noch essen will. Ich packe dich mal ein bisschen vorne ein. Okay. Da hinten kommt ein Hindernis. Boah. Pass auf. Pass auf, du hast nicht rüberfahren. Nein. Oh nein, Junge. Boah, du bist einfach immer zu Schale gefahren. Geh mal her. Ey, nein, ich bin auch so drüber gefahren. Geh mal weg. Ey, wir bist jetzt... Pass auf, Alter, du warst alles kaputt. Ey, warte mal Marvin. Ey, du bist zu schwer. Jetzt geh da mal raus. Ich raste aus mit dir, Mann. Nee, komm, jetzt lass uns die Süßigkeitenabteilung. Okay. Wir werden endlich Süßigkeiten essen. Ich weiß, warum du heute nicht so gut drauf bist. Weißt du, warum? Warum? Du hast noch kein Acti mehr getrunken. Weil das Acti mit Abwehrkräfte. Du bist krank, glaube ich. Nee, gib mir mal Acti mit Kids hier. Ja, ist gut, Kids. Okay, Marvin, ich muss jetzt aber die Laktose-Tablette nehmen, sonst kriege ich ein bisschen, ja, Kaka-Kaka, ne? Nee, Xing-Ching-Chang schon. Wenn du gewinnst, darfst du sie nehmen, sonst nicht. Aber du musst trotzdem trinken. Hä, Bro, wenn ich das trinke, dann kriege ich so, ne? Du weißt schon, ne? Ja. Okay, komm, Xing-Chang-Chang. Xing-Chang-Chang. Ha-ha. Ey, Mann, Bro. Ha-ha und trinken. Ey, Mann. Leer. Ich wäre jetzt Süßigkeiten. Wir haben den, warte mal. Oh, warte mal. Oh mein Gott, ich kriege über das Bauchweh. Ich glaube, du hast jetzt Durchfall. Drück schon hinten. Ich nehme das, geh mal auf die Toilette. Ja, ja. Hä, Lukas, wo bist du denn hingelaufen, Lukas? Als ob du jetzt am Kacken bist, einfach. Ey, geh mal weg jetzt hier, Mann. Ich habe mir jetzt Bauchweh, Bro. Vielleicht fertig. Leute, ich gehe jetzt wieder. Das ist ja ekelig. Nur weil die die Tablette nicht genommen hat. Oh, wie lange braucht der denn, ey? Meine Güte. Lukas. Hä? Wie siehst du denn aus? Digga, guck mal, wie du aussiehst. Oh, den habe ich vergessen. Ja, oh, Alter. Oh, Junge, bist du eklig. Nein, Junge. Oh, nee. Alter, was mache ich jetzt? Boah, da ist ja, oh, iiih, nee. Hier. Oh, iiiih. Mach weg, Alter. Boah, der stinkt total und das ist nass ein bisschen. Was hast du denn gemacht, ey? Ey, Junge, ich nehme die jetzt einfach mal. Was? Ich nehme jetzt die Tablette. Ja, okay, ne. Ich will jetzt Süßigkeiten essen. Ja, okay, ne. Dafür müsst du jetzt auch ganz viel Schokolade und Süßigkeiten essen. Ja, jetzt will ich die aber auch essen. Komm, wir machen mal alles voll. Ey, warte mal. Du, hol mal unseren Wagen her. Wir nehmen alles mit. Ey, warte mal kurz, Marvin. Ich warte. Ich bin, mein Knie tut gerade weh. Okay, ich setz mich jetzt mal hier hin. Mach. Und du tust mir jetzt mal bitte bringen jetzt. Soll ich dir was holen? Ja, ja. Aber wir machen noch ne ganz ekelige Challenge. Der muss jetzt noch ne Challenge machen. Und zwar, Leute, schaut mal selber. Hier ist so ganz ekeliger Fisch. Der muss da so Fisch essen. Weißt du? Oder hier. Oh, der ist richtig eklig. Oh, wir nehmen so nen ekeligen Fisch. Hä? Was machst du denn da? Ey, Junge, mir war ein bisschen müde. Du isst ja schon einfach. Ja, natürlich. Nee. Komm mal hoch. Das gibt jetzt ne Bestrafung. Hey, was denn? Nee, ich hab mir was überlegt. Lukas, wir machen jetzt ne Fisch-Challenge. Oh, nein. Du isst jetzt Fisch. Komm hoch. Nein, ess ich nicht. Doch, du ess Fisch. Nein, ich bin süßgleichen. Du hast ohne mich gegessen. Erst mal das Fisch-Challenge. Nimm doch auch. Okay, wir machen das so. Wenn du es schaffst, mit dem Mund aufzufangen. Dann was? Dann brauchst du das nicht essen, okay? Ja. Bist du bereit? Ja. Drei, zwei, eins, los. Ey, du hast nichts geschlafen. Boah, Junge, du bist voll schlecht geworfen. Nee, du hast nicht aufgefahren. Jetzt Fisch-Challenge. Ey, nein, ich ess das nicht. Und du ess die noch auf, die da drüben sind. Ey, Marvin. Oha. Ich ess den jetzt, weil man essen schmeißt man nicht. Junge, Mann. So, Leute, ich hol den jetzt. Ich ess den. Nee, Junge, was soll ich damit machen? Ne Fisch-Challenge. So, ist das. Wir beide essen das. Komm, mach mal auf den Fisch. Oha. Rrrr. 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 Komm. Ein Fisch, jeder. Warte. Oha, ist das ekelig. Ey, das ist übelst eklig, Bro. Ey, ich fang an. Oder nee, nimm du auch einen. Den ganzen. Junge, ich ess nur das. Ich find das übel ekelhaft. Okay, ich ess den ganzen, wenn du den Leuten sagst, noch nicht abonnieren. Okay, Leute, abonniert alle mal mal, wenn wir uns vloggen. Dann nehmt ihr jetzt den ganzen aber. Ja, okay. Leute, ihr seht's eingeblendet. Haltet euch an euer Wort. Ich ess sogar zwei. Okay. Let's go. Oha, nimm mal. Ey, Bro. Bruder, da waren Gräten drinne. Echt jetzt. Ey, Mann, Marvin. Ey, ich brauch jetzt unbedingt mal, ich brauch jetzt unbedingt was zum Durchspülen. Ich auch. Das geht gar nicht mehr. Alter. Ich brauch was zum Durchspülen. Guck mal, hier ist Vita-Welt, Junge. Ah, warte mal hier. Pfirsich, alter, geil. Boah, guck mal, ich hab hier richtig diese Fischhände noch. Siehst du das? Ja, ich auch. Lass mich auch mal durchspülen. Ich will auch was. Mach mal auf, ich hab Fischhände. Hier. Mmh. Jetzt brichst du. Ey, Junge. Ey, hör auf, du Fisch. Ey, jetzt nimm mal hier. Ja, ich nehm jetzt. Boah. Ey, jetzt lass mal was sagen. Ey, warte mal, wir müssen jetzt unser Lager aufschlagen. Warte mal, wir müssen jetzt unser Lager aufschlagen. Ja, die ist gut. Okay, und dann lassen wir jetzt mal hier ein bisschen Bettwäsche nehmen. Ja, hier, du musst doch noch für die Schule üben, Mensch. Geht nächste Woche wieder los. Doch, Mann. Ja, hier. Ich hab ne Idee. Nimm mal ein Klebeband mit. Wir machen, wir sperren, wir sperren den Laden ab. Ja, okay, okay. Nimm mit. Warte, wir brauchen noch ne Schere, Marvin. Nein, wir machen mit Mund. Okay. Nimm doch mal die Bettwäsche mit. Ja, Mann. Dann können wir schlafen zusammen. Okay, dann lass jetzt unser Lager mal aufschlagen. Ja, genau. Ich will das unbedingt in der Süßigkeitenabteilung haben. Ich auch, damit wir immer essen können. Oh, nimm mal ne Zeitschrift mit. Ey, warte, bei den Chips. Dann können wir richtig geil knabbern, bis wir einschlafen. Oh, ja. Lass uns knabbern, bis wir einschlafen. Wir knabbern, bis wir einschlafen. Wir knabbern, bis wir einschlafen. Ey, wir brauchen dieses Vierer-Monster-Energy. Vielleicht schlafen wir doch noch nicht. Ja, aber wir wollen nicht Red Bull trinken. Ja, okay, dann nimm Red Bull. Mach mal hier ne Party. Oh, Rob's Chips. Ja, ja, wir haben die Rob's Chips. Ich ess doch erst mal welche. Okay, Marvin. Was denn? Ich breite dir jetzt unser Bett aus hier. Ich will aber auch schlafen. Okay, Marvin, guck mal hier. Und jetzt noch die Bettwäsche. Ja. So, guck mal, hier ist Kopfkissen. Ja. Und hier ist die Decke. Lass uns mal lang. Und wir sperren noch hier ab. Ja, ja. Hier ist jetzt das fertige Bett. Direkt neben den Chips. Nehmen wir natürlich Rob's Chips dazu noch. Grüße an Crispy Rob, Ehrenmann. Ich würde sagen, boah, ja, ja. Das ist geil. Mau, Arm. Das ist Fritt, Junge. Was laberst du? Ach so. Ich will mich jetzt schon mal hinlegen. Ich bin schon ein bisschen müde und dabei Rob's Chips essen. Guck mal, jetzt ist zu, oder? Ist jetzt zu? Jetzt ist zu. Ey, rutsch mal, ich will auch schlafen. Ja, okay, komm zu mir. Wahnsinn, ich brauche noch Süßigkeiten. Wir können auch Mau abends gucken. Let's go. Rutsch mal, ich will auch schlafen. Ja, ja, leg mal zu mir hier. So, Leute. Ey, Marvin. Mach mal deinen Kopf hoch. Ja, gib mal. Oh, das ist super. So, komm, wir schlafen jetzt. Leute, Lukas schläft jetzt. Ich bring den jetzt. Der hält nicht so ganz, aber der schon. Warte, der schläft zu fest. So. Haha, guck mal, wie du aussiehst. Ich hab Auge in ein Auge gemacht. Ey, warte, warte. Oh mein Gott, wir sind immer noch im Rewe. Wie viel Uhr haben wir? Warte, ich guck mal. Wir haben schon, guck mal, 2.25 Uhr. Alter, ich bin voll eingepennt, Mann. Ja, und du hast Auge in Auge gehabt. Ey, Marvin, ich brauche jetzt unbedingt Energydrinks. Ich bin richtig müde. Ich hole welche, warte hier. Du kannst ja auch nicht laufen wegen deinem Bein. Lass mich mal machen, ich komme gleich. Oh, Leute, Mann. Als ob das noch niemand gemerkt hat, dass wir hier sind. Das ist ja komplett krass. Ey, Mann, das ist die beste Nacht meines Lebens, Junge. Alter, Marvin. Ich hab Red Bull mitgebracht. Ey, das ist sogar diese Sommeredition. Die ist voll geil. Die neue. Oh mein Gott. Ey, halt mal hier. Jetzt können wir trinken. Warte, ich geb dir was. Ja, ja, gib mal bitte. Hier. Let's go. Gönn dir einen Red Bull. Boah, nicht so viel auf einmal. Du patzt unsere Decke voll. Nein, Junge. Mann. Oh mein Gott. Jetzt klebt die wegen dir. Wie soll ich denn so schlafen heute? Oh, ist sehr doof, ey. Ey, das ist voll lecker. So. Probier mal. Ich trink jetzt was. Aber jetzt hast du genug gespielt und ungeeiert. Jetzt mach mal die Hausaufgaben gefällig. Ja, ja. Wir müssen noch Mathe lernen. Leute, kommt vorbei und holt euch das an der Kasse ab. Wir sagen ihnen Bescheid. Dann könnt ihr das haben. Mach mal zehn Stück fertig. Ja, ja. Leute, ich schreib das hier direkt rein. Und weißt du was? Ich hab ne Idee. Guck mal hier, Leute. Autogramm Eidbach. Oh, von Lukas. Ey, mach mal deins dazu jetzt. Warte. Ich hab das Telefon von der Kasse geklaut. Was? Und weißt du was wir machen? Wir posten ja jetzt ein Bild auf Instagram bei denen. Oh, bei deren Instagram-Seite? Ja, Leute, ihr seht das jetzt eingeblendet. Das Bild, das haben wir gepostet und ihr müsst das alle liken. Ja, geht alle dahin. Und mal einen Kommentar schreiben, ne? Und schreibt aber hin, dass wir lieb sind. Genau, schreibt mal Hashtag Lukas und Marvin sind cool. Ja. Genau, und jetzt unterschreiben wir hier für euch. Ja, hier, mach auch nochmal, du. Mach ich. Huch, ich hab die Flieser angemalt. Marvin, du hast auf den Boden geschrieben. Mach mal weg jetzt. Ja, warte. So. Ey. Was machst du, Junge? Ja, jetzt ist das weg. Guck, ist es weg. Ey, die Musik ist aus. Ich hab dir gesagt, das war viel zu einfach alles. Wir konnten ja machen, was wir wollten und keiner ist gekommen. Nein. Müsste ich hier rausmachen. Der Alarm. Pass mal auf. Schleif. Geh mal gucken, ob die Tür aufgeht. Nimm mal mit. Ey, die geht nicht mehr auf. Warte mal, Marvin. Leg dich mal da unten rein. Da finden die uns nicht. Der schiebt mich dann durch. Warte mal. Ich sag doch, der schiebt mich durch. Oh mein Gott. Ich war fast durchgegangen. Junge. Mann, der hat mich durchgesogen. Ey, glaubst du, da kommen wir ins andere Ende? Mann, eine andere Frage. Bin ich ein Kasten oder eine Flasche? Du bist eine Flasche. Mann, ey, 25 Cent nur wert. Ja, ja. Lass mal jetzt abholen, ihr. Ja, ja.